Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir vielleicht erst mal das K-Level machen sollten, bevor es zum Boss geht, damit wir die Welt einfach schon mal abgeschlossen haben. Ja, also let's go. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Das erste K-Level war ja jetzt nicht ganz so schwierig. Das könnte hier allerdings schon wieder etwas anders aussehen. Okay. Okay. Ja, gut. Ich glaube, hier haben wir einen leichten Vorteil mit Dixie. Ähm, was ich gut finde, da das hier echt affenschwer aussieht. Haha, affenschwer, haha, weil das sind Affen und... Ach, Mann, ey. Oh, what? Oh, mein Gott. Ich glaube, ich habe da jetzt richtig gehandelt. Äh, hätte ich das... Oh, da ist auch noch eins. Boah, sind die hier fies, Mensch. Da bin ich ja fast schon überrascht, dass ich da nicht gefailt habe. Aber okay, mit Dixie ist es nochmal etwas leichter. Das heißt, wir... Oh, oh, oh. Siehste? Mit Donkey Kong alleine hätte man da nicht mehr gegensteuern können. Das heißt, Dixie hier zu haben, ist ein sehr großer Vorteil. Oh, mein Gott. Okay, da hätte ich fast gefailt. Ich glaube, das wäre hier richtig schwer. Ohne Donkey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist es passiert. Shit. Okay, das Puzzleteil war aber echt schwierig. Ich weiß nicht, ob man da hinterher nochmal eine Chance gehabt hätte, das einzusammeln. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss da direkt weitergehen. Okay, mal schauen, wie ich mich mit Donkey schlage. Ich werde natürlich versuchen, hier alle Puzzleteile zu bekommen. Auch wenn ich diese schon haben sollte. was nicht wirklich so eine gute Idee ist, wie wir gerade festgestellt haben. Okay, dann lasse ich das einfach. Obwohl, ich würde das schon gerne durchziehen hier. Einfach alle Puzzleteile versuchen zu sammeln in einem Zug. Ich meine, wenn es nicht klappt, nicht schlimm. Aber ich werde es versuchen. Okay. Okay, nice, nice. Oh, die Sprünge, Junge. Und hier war noch eins, ne? Okay, dann soll man das wahrscheinlich so machen. Okay, perfekt. Okay, dann scheint das Level doch nicht so ganz schwierig zu sein. Sondern, oh, Moment, aufpassen. Jawohl. Also, nur mit Donkey und wenn man das Blind spielt, hat man keine Chance. Oh, okay. Oh, okay. Okay, so soll man das machen. Alles klar. Ich habe mich eben schon gefragt, wie das gehen soll. Weil, irgendwie war das dann schon ziemlich knapp. Aber, okay. Dann weiß ich es ja jetzt. Äh. Oh, mein Gott. Oh, sorry, dass ich gerade etwas stiller bin, aber... Was? Wir sind durch! Aber ich muss mich konzentrieren, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind ja schon durch. Krass. Also, der Level ist tatsächlich schwierig, wenn man nur Donkey hat. Puh. Okay. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Hm. Mal schauen, was die machen werden. Die Artefakte. Oh, mir fällt gerade auf. Wir haben hier noch nicht alle Puzzleteile. Ihr auch nicht. Was? Alles klar. Dann habe ich irgendwas ausgelassen. Aber egal. Boss 2. Affen Aufstand. Heißt das, dass wir gegen Affen kämpfen werden? Oder einfach nur wegen Donkey? Affen Aufstand. Naja. Wir werden es gleich sehen. Oh, Moment. Kriegen wir noch ein... Ja. Kriegen wir. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Beziehungsweise am besten ist. Ah. Eigentlich würde ich gerne Dixi nehmen. Aber komm, wir nehmen mal Didi. Einfach nur zur Abwechslung. Hätte ich da gefailt, ne? Okay, der Felsen sieht aus wie eine Eule. Demnach ist es wahrscheinlich auch eine Eule, gegen die wir kämpfen werden. Ja. Natürlich. Boom. Das gefällt dem Donkey natürlich gar nicht. Das gefällt dem Donkey natürlich gar nicht. Würde mir auch nicht so gut gefallen, wenn man mein Mittagessen einfach zermanscht. Vor allem ist es doch Verschwendung, Junge. Du gehörst bestraft. Komm her. Alles klar. Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen. Wir haben noch die Special. Was soll das denn jetzt? Ah, okay. Ich verstehe. Shit. Können die sich befreien? Nein. Oh, what? Nein, ich lappen. Okay, kolossal gefailt. Kolossal gefailt. Jetzt hätte ich eigentlich gar nicht mehr verdient, diesen Boss hier zu bezwingen. Aber mal schauen. Bam. Oh, wir können... Nein, ich lappen. Okay, Moment. Moment. Den können wir ja uns auch noch schnappen. Komm, ich mach ihn jetzt einfach weg. Und zwar nur mit Donkey. Bam. Da ist der Junge. Okay, können wir mitnehmen? Nein. Können wir nicht. Okay. Wofür sind die Fässer außen? Oh, what? Okay. Okay, anscheinend nicht für diesen Fall. Oh. Jawoll. Richtig gegeben. Okay. Anscheinend hierfür. Und auch hierfür, denke ich mal. Weil ich sehe da nicht wirklich eine andere Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. What the hell? Ja, komm her, mein Freund. Bam. Aufs Maul. Okay, jetzt macht er wieder den. Ja, das ist aber... Das ist lappig. Yes. Dritte Phase? Ja, dritte Phase. Und es geht noch höher. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Sonst wird mir das hier etwas... schwerer fallen. Na gut. Okay. Ich dachte gerade schon, ich werde da safe getroffen. Und was ist das denn bitte? Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ja gut, den habe ich jetzt zwar nicht bekommen, aber... Dann bekomme ich halt den hier. Nope. Darauf kann ich verzichten, zerschlitzt zu werden. Vielen Dank. Oh. What the hell? Oh. Oh. Oh mein Gott. Nur noch ein Leben, oder? Jetzt chill. Chill, Junge. Okay, einfach nur drüber springen. Kriegen wir hin. Jump'n'Run. Standard hier. Oh. Oh. Wäre ich nach hinten gegangen, hätte ich, glaube ich... Wäre ich, glaube ich, getroffen worden. Sah auf jeden Fall nicht so aus. Ja. Wenn man nach hinten geht, dann wird man auf jeden Fall getroffen. Wenn man es nach hinten ausfächert. Okay, nochmal der Mist. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Okay. Komm, ich kriege das hin. Das hier wird ein First Try. Das rieche ich doch. Oh, mach keinen Quatsch. Ah, ich spring rüber. Was? Nein. Ich duck mich. Ja. Oh, es hat gezählt. Okay. Perfekt. Okay. Jetzt der Quatsch. Und zum Ende kommt er, oder? Zum Ende kommt er. Ja, da ist er. Da ist er. Und? Das war eigentlich ziemlich schlecht, der Treffer. Aber haben wir 20? Ja, wir haben 20. Perfekt. Ich glaube, 20 muss man minimal haben, damit man halt alles freischaltet. Oh, und an die Welt kann ich mich sogar noch erinnern. Diesen mega nice. Oh, vor allem das erste Level. Es geht schon so bombastisch los. Es geht schon so bombastisch los. Und wie hießen diese Bäume nochmal? Der hat doch auch so einen ganz eigenartigen Namen. Und, Moment. Hört mal hier auf den Soundtrack. Der ist richtig krass. Der ist richtig krass, der Soundtrack. Der macht halt so hart Stimmung. Oh, mein Gott. Es ist einfach eine richtig krasse Atmosphäre. Nice. Es gibt generell in... Oh, jetzt habe ich wieder Dixie genommen. Ich wollte eigentlich Cranky nehmen. Vor allem, weil hier Dornen sind. Das habe ich jetzt gar nicht wirklich geplant. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oh, what? Äh, gib halt her. Okay, nice. Äh, äh. Äh, äh. Okay, komm. Ich will nicht getroffen werden. Gut, nice. Äh, geh hoch. Gehst du bitte hoch. Da ist sowas von irgendwas. Nein? Ist es nicht? Okay. Na gut. Aber ich glaube, ich soll... Ich dachte gerade schon, ich hätte es verkackt. Ohne Spaß. Ich dachte schon, ich hätte es verkackt. So, brav hier alles einsammeln, damit man auch nichts verpasst. Kann man das eventuell einstampfen? Nein, kann man nicht. Perfekt. Dann geht es direkt weiter. Neun Puzzleteile gibt es hier. Alles klar. Oh, schade, dass ich den nicht bekommen habe. Woher ich jetzt wusste, dass da noch ein Ballon auftaucht, fragt es mich nicht. Ich habe keine Ahnung. War wahrscheinlich einfach nur aus Intuition. Instinktiv halt so ein bisschen. Ah, perfekt. Noch ein weiteres Puzzleteil. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lang dieser Level war. Aber ich glaube, der war sogar ziemlich lang. Das heißt, zwei Puzzleteile zum jetzigen Zeitpunkt könnten sogar hinkommen. Oh. Ich will natürlich nicht irgendwie hier abgestochen werden. Versteht sich? Hier ist doch bestimmt was. Jawohl. Jawohl. Drei Puzzleteile. Perfekt. Moment. Moment. Ähm. Okay, ich dachte gerade schon, hier wäre der Bonus. Und nicht da drüben. Was zur Hölle? Okay, daran kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Und hier ist schon wieder was. Jawohl. Nice. Okay. Ich habe noch Hoffnung. Ich weiß echt nicht, ob man hier alles einsammeln muss. Ich mache es einfach mal. Diese Gesänge sind so nice. Ich dachte gerade schon, ich hätte es jetzt endgültig verkackt. Und wenn ich so weitermache. Wenn ich so weitermache, dann hätte ich das eigentlich verdient. Okay. Perfekt. Also ist komplett verkackt zu haben. Moment mal. Hier muss man doch bestimmt wieder alles einsammeln, oder? Ja, ja, ja. Safe. Ist aber nicht ganz so einfach, weil der immer rauf und runter geht. Jawohl. Oh. Die sind Ballons. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber nehme ich trotzdem mit. Okay. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt hier nicht auf Pause zu drücken. Deshalb mache ich das jetzt. So. Was? Trotzdem noch alles bekommen? Nice. Okay. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir Cranky nehmen. Einfach nur zur Abwechslung. Wollte ich ja eben immerhin schon machen. Oh. Okay. Ja, komm. Rollen wir mal da rüber und... Krallen uns hier. Jawohl. Die Bananen. Ich dachte gerade schon, ich sterbe. Das wäre richtig Fail gewesen. Okay. Es fehlt uns noch das G. Das heißt, wir haben ziemlich gute Chancen, dass wir halt alles finden. Okay. Ist noch so ein Stopfen oder was ist? Ja gut. Der hat aber anscheinend nichts zu sagen. So. Das sind Vögel, ne? Die nerven. Shit. Was mache ich Lappen denn? Komm, bevor ich Cranky jetzt komplett verliere, sollte ich vielleicht hier Save zocken. Ich dachte gerade schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich dachte gerade schon, man würde den Instant zerstören. Wenn man mit Crankys Pogo-Stab da drauf, da drauf bouncet. Und noch ein Puzzleteil. Haben wir... Ah, ne. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Wir haben noch nicht alle. Schade. Eins fehlt noch. Eins fehlt. Aber egal. Das kriegen wir auch. Einfach hier hoch. Keine Männekes machen. Und kriegen wir das, ey. Männekes, ey. So. Oh mein Gott. Ist bombastisch, das Level. Wusste gar nicht mehr, dass es so krass ist. Okay. Ich warte kurz. Ähm, hallo. Haben wir es jetzt verpasst? Ja. Haben wir. Schade. Aber trotzdem mega nice Level. Vor allem das Ende. Das ist richtig krass. Wenn es endlich vorbei ist. Nein, Spaß. Das ist echt ein richtig gutes Level. Und ich möchte jetzt noch zum goldenen Abschluss. Zur Krönung hier. Das DK haben. Und richtig draufhauen. Ja, ganz genau. So gehört sich das. Ich möchte. Wie wir jetzt. Ja. Puzzleteile. Schade. Aber okay. Passiert. Wie wir es schon öfters gesehen haben. Naja. Nächstes Mal geht's Baobab. So hießen die Bäume. Ja, ganz genau. Baobab-Bäume. So, beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall weiter mit Baobab-Bäume. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.